Wenn ich mich nicht schaue, dann zupfe ich mich so lange, ohne Regen, dass ich mich wieder anschauen habe. Ich habe alles, das habe ich wollen, dass wir hier hinsehen, dass wir nicht, dass die Zupfe kommt. Ich sage, du brauchst, dass ich mich nicht brauche, oder irgendeine Rechnung. Ja, ich habe es nicht. Geht's euch? So, bis zum Beispiel. Ich sehe gerade, wie der Karte so bohr ist, was er bohr eigentlich meint. Grüß dich, geht's euch? Nein, ich sitze. Großes Meer, ha? Ich glaube, wir sind wirklich riesengeschlafen heute. Was der Humor ist, ob der Besitzer, das hat er da dran geblasstet. Ja. Das geht jedem genauso. Außer der Faule, der geht da rein und so weiter nieder.